Aufgepasst! Man muss nicht gleich im Dunkeln stehen, wenn ein neuer Wechselrichter angeschafft werden muss. Das ist Ehepaar Schlau. Und es kennt einen cleveren Installateur, der für diesen Fall genau die richtige Lösung weiß. Zum einfachen Gerätetausch der Wechselrichter Pico MP Plus von Kostal. Er bietet konstant hohe Erträge und zeigt sich im Einsatz äußerst flexibel. Zum Beispiel zur Ergänzung eines Batteriespeichers. Sofort oder später. Zudem erlaubt sein weiter Eingangsspannungsbereich zahlreiche Verschaltungsmöglichkeiten. Finden Sie jetzt Ihren passenden Installateur auf www.kostal-solar-electric.com Kostal-d Houston Untertitelung des ZDF, 2020